Achtung, sind noch nicht mehr in den letzten Reden? Ja, ja. Ah ja, okay. Alles ist hier, also. Dann würde ich mir ab und zu bitten, dass wir jetzt schon immer bei mir von der. Weil wenn du noch alle richtig wohnst, die werden nicht lange mal weg. Außerdem mache ich immer einen Kupfen ab, wenn es seine Frage ist. Ich habe es nicht gesehen, Entschuldigung, wir waren so an. Negativ, dann hat diese Füllefessung einfach nur da, da oben im Bäume, wenn sie wollen, kommen wir da vor. mehr ist nicht, das ist beim Depot da drin hier wurde noch nicht aufgelistet naja ein bisschen müssen Sie an die Seite reingehen wir waren im ersten Stock die Kelche ist viel größer als sie denken denn sie steht auf Gewölbe obwohl die Bettelurgenskelchen kein Gewölbe haben sollten eben aus Armutsgründen haben wir gesagt auf Gewölbe es liegt ein aber wenn wir in die Unterkirche hier eingingen dann würden wir sehen das schönes Gewölbe wie wir das von zuhause kennen und alle sind in der Stühle und da unten sind die Messen oben sind die Pilger das sind die Beine an dem Bild weil es ein Teil ist wie die Handschufe die Handschufe ja bei ihr zu Hause und 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 bei ihr zu Hause das wäre so der direkte Weg etwas merkt man wenn man hier so steht und jetzt sind wir nicht im Hochsommer aber es ist nicht ganz kalt wenn wir im Hochsommer sind ist hier immer ein und das ist ziemlich unangenehm und aus Altpag im Sommer und weg und hier auch Geruch und wir müssen allein nach Geruch und jetzt hier und nachher kommen wir die Kinole mit also auf der Verlust auf dem Bericht wo es geht und dann hätte es hier aber im Wald wie wird ich weiß auch ich sage mal dann können wir hin hier und die So, oh, da kommen die Kinder. Da oben hängt eine Fahne, mit man kann. Sie haben gerade ein Kind geboren. So, oh, da kommen die Kinder hier. So, oh, da kommen die Kinder hier. So, dass die Kinder immer weniger werden. Wir machen das hier, dass wir da. Unsere Kinder haben die Kumpel, die Kinder, die wir nicht nur mit Eltern, sondern nur mit allen. Wir gucken uns unten. Jetzt können Sie sehen, warum es jetzt in einem Monat kommt. Wir waren oben bei den Fremsern, nicht? Das war die Fronan Kirche, die Fronan und der Kirche. Und das geht jetzt in den Berg hinein. Lecker. Da hat man so ungeblich. Warum? Ja, genau. Ich muss auch die Palette nochmal mitbezeichnen. Ich denke, da ist ja Miet. Ja, die ist. Aber die Klapp war wirklich uneinnehmbar von außen und von daher. Sehr sehr schwierig. Alles ist auf Sandstein gebaut. Das sieht man noch, wenn man da so ein bisschen überzieht. Lass mich. 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 Keine Unterwäsche heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 der die Sicht von Russen hat. Natürlich muss man sagen, jeder, die Produkte, die wir sehr empfehlen können, und seine kreuzzüge. Das heißt, auch Grund dessen, dass wir sehr viel aufgenommen werden. Wir kommen aus dem Landmeer, wo wir am liebsten, wo wir von Römern bekämpfen, Einflüsse vom Mittelmeer, wo die Kreuzzüge ... 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 und den Boden. Die Bremse, die Zeitrafe, die Zeitrafe, die alles bleibt, ist die Weltkollektion. Wenn die Leute 99% weglassen oder so, ist unbedingt klar. Das ist im Ganzen gar unmöglich. Das hier sollte mal einer der sechs Seiteneingänge in den neuen Dom werden. Wenn das in seinem Eingang ist, dann wäre das bei uns auch schon eine Haupteinwand, weil sie mit Antworten, was die hier machen wollten. Ich bin hier. 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 Er geht es! Er geht weiter. Ich bin hier. ium Vielen Dank. 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 Yeah. ... 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